Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 30.400 US-Dollar. Heute hoffentlich mal mit deutlich, deutlich mehr Bewegung. Wir kriegen einige News, die werden wir jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer durchgehen. Vor allem aus den USA kommt heute eine Menge. Trotzdem, die Seitwärtsphase dauert weiterhin an. Es hat sich wenig getan. Es gibt trotzdem ein Level, welches wir auf jeden Fall besonders im Blick behalten müssen. Und auch möglicherweise dann mit einem möglichen Short oder sogar Long Impuls dann rechnen müssen. All das werden wir uns jetzt auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich auch wieder der Blick auf Ethereum. Vielleicht auch nochmal so einen Blick kurz auf die Stocks. Je nachdem, wie wir zeitlich durchkommen. Und ansonsten heute Abend wahrscheinlich sogar erst um 18 Uhr. Oder wahrscheinlich schon ein bisschen früher um 18 Uhr. Livestream heute. 19 Uhr habe ich leider einen Termin. Deswegen müssen wir es vielleicht ein bisschen vorher hinschieben. Ich weiß aber auch noch nicht, ob ich es hundertprozentig schaffe. Ihr werdet dabei auf jeden Fall heute Nachmittag dann nochmal in der Telegram-Gruppe benachrichtigen. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt durchstarten, ein Video, ein Like da lassen. Gerne einen Kommentar unten mit euren Altcoin-Wünschen reinschreiben. Auch für den Livestream heute Abend. Und ansonsten kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und natürlich auch die aktuellsten Trade-Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich wie immer for free. Gut. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 30.400 US-Dollar. Wir haben gestern kaum noch Bewegungen gesehen. Wir sind derzeit auf einem 1-Stunden-Time-Frame. RSI hat sich nach unten korrigiert. Wir hatten weiterhin diese Möglichkeit einer Hidden Bullish Divergence. Auch hier sehen wir zumindest mit dem Wix, die ich dann für gerne nehme. Weil ansonsten wäre es einfach hinfällig gewesen. Passt auch gut mit dem RSI. Also die Hidden Bullish weiterhin ein bisschen zumindest intakt. War gestern Morgen deutlich, deutlich schöner zu sehen. Aber mittlerweile, ja, man kann sie noch einzeichnen. Aber so richtig am Wunder glaube ich jetzt hier auch nicht mehr. Auf jeden Fall, welches Level ist jetzt im Endeffekt wichtig? Wir haben die übergeordnete Seitwärtsphase. Daran brauchen wir uns jetzt ewig nicht mehr aufhalten. Da sprechen wir jetzt seit Tagen drüber. Daran hat sich auch nichts geändert. Wichtig ist einfach das Level hier oben. Warte. Wir ziehen uns das Fit-Level von unserem Pump oder von unserem Top bis zu unserem Dump von gestern. Und da sehen wir, okay, die Marke von 30.900 US-Dollar. Das ist die entscheidende oder wird die entscheidende Marke einfach weiterhin sein. Dort oben, Golden Pocket, die Marke von 31 bzw. 30.900 US-Dollar, war in den letzten Tagen schon immer wieder massiver Widerstand. Wir sehen es hier in dieser Range, deswegen auch diese blaue Linie. Ich kann das Fit-Level auch nochmal ganz kurz wegmachen. Diese blaue Linie ist eigentlich so unser Hauptwiderstand in den letzten Tagen. Man kann sogar schon fast Wochen dazu sagen, seit 23. Juni. Immer wieder rejected. Das erste Mal oder beim ersten Versuch direkt drüber gejumpt, aber dann der Abverkauf. Zweiter Versuch, dritter Versuch. Beim vierten gescheitert, fünfter, sechster, beim siebten dann wieder ein bisschen drüber. Aber wir konnten uns halt nicht über ein Tages-Close hier nachhaltig wirklich drüber halten und dann ging es wieder nach unten hin. Und apropos Tages-Close, schauen wir uns auch mal ganz kurz an, wie war dann der gestrige Tages-Close. Der gestrige war auch nicht mehr Bullish. Wir hatten jetzt dieses Fake-Out hier nach oben am ersten Tag, am zweiten Tag genau drüber geschlossen. Und der dritte, also gestern, war dann wieder unter diesem Hoch, also nicht wirklich Bullish. Das Einzige, was uns momentan noch Bullish hält, ist einfach, dass wir hier noch diesen Abtrend vorhaben. Das heißt, wir bilden weiterhin höhere Tiefs und höhere Hochs mit einem Close. Also die Struktur passt noch, aber ansonsten war dieser Close gestern jetzt nicht mehr so Bullish. Das heißt, wir sind im Endeffekt wieder genau da, wo wir vor ein paar Tagen waren. Nur, dass die ganze Situation nicht mehr so wirklich Bullish einfach aussieht. Also man muss hier wirklich aufpassen. Die Struktur an sich passt noch, aber in den größeren Timeframes deutet sich so langsam die Korrektur an. Und deswegen gehe ich weiterhin davon aus, okay, wir gehen Richtung 30,9 circa hoch, testen möglicherweise diesen Bereich und kriegen dann eben unseren Dump, wo wir die letzten Tage halt immer wieder schon drüber gesprochen haben, Richtung 29,4 bis 28.400 US-Dollar. Das sind so die nächsten Zonen, wo ich sagen würde, okay, ein Retest einerseits dieses letzten Hochs hier drüben. Hier haben wir eine Ineffizienz, hier haben wir eine Konsolidierung. Dieser Bereich würde sehr, sehr gut passen, um hier nochmal ein Retest zu vollziehen. Und dann ziehen wir uns auch noch das FIP-Level dazu. Und da sehen wir auch, okay, Überschneidung hier, Golden Pocket vom Pumpbeginn, also von diesem letzten richtig impulsiven Up-Move nach oben hin, würde sehr, sehr gut mit den 28.400, 28.500 dann auch übereinstimmen. Also wie gesagt, ich gehe weiterhin eher von der Korrektur aus. Die Frage ist, wann wir unseren Short-Entry hier machen. Mein Ziel oder mein Plan sind jetzt erstmal hier die 30.900 US-Dollar. Und dann kommen ja heute auch noch die News. Und da kommt heute einiges. Einerseits um 14.30 Uhr, beziehungsweise um 13.30 Uhr fängt es schon ein bisschen an mit Hypothekenmarkt und sowas. Um 14.30 Uhr Erstanträge, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe, ADP-Beschäftigungsänderung, Einkaufsmanager-Index kommt um 15.45 Uhr. Ja, dann abends noch die Stellenangebote im Monat Mai. Können wir uns auch mal ganz kurz angucken, wie die derzeit aussehen. Prognose 9,935 Millionen. Schauen wir mal. Also da kommt heute noch eine Menge heute Nachmittag. Das heißt, heute Nachmittag sollte überall auf jeden Fall schon mal Stop-Loss auf Entry sein und nicht mehr zu viel Risiko eingegangen werden. Also es wird sehr, sehr interessant werden. Vielleicht kriegen wir dann hier entweder unseren positiven Ausblick. Positiv habe ich das noch gar nicht genannt. Wäre die Marke von 30.900 nachhaltig zu durchbrechen und dann Richtung 32.400 US-Dollar zu pumpen. Warten wir ab heute Nachmittag. Was da kommt, könnte auf jeden Fall heute noch sehr, sehr interessant werden. Dann gehen wir rüber zu Ethereum. Kurz und knapp. Wir bilden hier möglicherweise einen Rising Wedge. Haben wir uns gestern schon im Livestream angeschaut. Übrigens, auf dem Zweitkanal geht dann heute die ganzen Livestream-Analysen dann online. So im Laufe des Tages, glaube ich, so ab 9.30 Uhr oder so kommt dreimal täglich ein Ausschnitt von den Livestreams. Also schaut gerne auch auf dem Zweitkanal vorbei. Und ich werde dann später auch das erste Video dann auch hier in der Telegram-Signalgruppe auf jeden Fall posten, damit ihr da auch Bescheid wisst. Ja, zurück zu Ethereum. Wir bilden hier derzeit möglicherweise so einen Rising Wedge. Es würde weiterhin sehr, sehr gut dazu passen, dass wir eben die Marke von 1985 bis 2020 Punkte hier nochmal erreichen. Dann würde es sehr, sehr gut zu unserem Short-Entry einfach passen, den ich auch schon seit ein, zwei Wochen hier immer wieder darauf spekuliere, hier einen Short-Entry reinzusetzen. Warten wir erst einmal noch ab. Könnte sich aber in den nächsten Tagen oder Stunden dann erst einmal ausgehen. Ansonsten sollten wir auch hier nur ins Golden Pocket reinkommen. Müssen wir uns ganz genau die Reaktion dann anschauen. Würde sehr, sehr gut mit der Ineffizienz hier oben passen. Bei den 1950, das wir gegebenenfalls sogar eher einen Short machen. Ballern wir hier durch. Ist das Ziel auf jeden Fall die grüne Box, über die wir seit Tagen hier immer sprechen. Ja und preiszieltechnisch hat sich auch nichts geändert. 1780 ist eigentlich so mein übergeordnetes Ziel, wo ich gerne in die Korrektur hinsehen würde, um dann ein höheres Tief zu bilden und dann die Reise nach oben hin fortzusetzen. Also ihr seht, auch hier ändert sich wenig. Goldmarkt hat sich leider nicht hier oben unseren ersten Take-Profit geholt von der Long bei 1938. Also warten wir jetzt hier. Wir haben jetzt nochmal ein höheres Tief hier erst einmal verursacht. Jetzt könnte hier wirklich erstmal die Trendwende sein. Aufgrund dieses Verlaufs, was wir eigentlich letzte Woche im Marktausblick gesprochen haben, sieht es eigentlich ganz gut aus, bis dass wir die gelbe Linie nicht erreicht haben. Aber hier diesen Bereich sehr, sehr gut getroffen. Ineffizienz gefüllt und von hier aus müsste jetzt aber eine Gegenbewegung nach oben hin folgen. Ansonsten Euro hat sich auch nichts getan. Weiterhin eher so den Weg nach unten hat aber unsere Short Order hier unten nicht mehr abgeholt. Eventuell kommt hier im Laufe des Tages dann nochmal eine Verdopplung der Long Position. Aber auch hier passiert derzeit wenig. Also warten wir mal ab, was heute Nachmittag dann noch für News kommen durch die ganzen oder durch den USA-Markt. Auch die US-Indizes kaum mit Bewegung, der DAX kaum mit Bewegung, eher ein bisschen negativer unterwegs. Aber das war alles das, was wir im Wochenausblick besprochen haben, dass wir eben erst einmal ein bisschen mit sinkenden Kursen zu rechnen haben nach der Rally der letzten Wochen. Gut, damit war es das von meiner Seite. Eventuell später noch ein kleines Altcoin-Update-Video, je nachdem, ob ihr Wünsche unten in die Kommentare reinschreibt. Also schreibt gerne unten in Wünsche rein. Und ansonsten heute Abend sehr, sehr wahrscheinlich dann halt auch Livestream, aber halt erst ein bisschen früher um 18 Uhr oder ein bisschen später. Eins von beiden werde ich euch dann auf jeden Fall in der Talk- und Signalgruppe nochmal auf dem Laufenden halten. Gut, damit wünsche ich euch einen guten Start in den Donnerstag rein. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und wir hören uns wahrscheinlich dann später nochmal. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.